Ja, herzlich willkommen dann bei einem neuen Video. Ich wollte jetzt noch einmal darauf eingehen, da mich jetzt immer wieder viele Leute gefragt haben, die jetzt bald mit dem Studium anfangen. Wir haben ja jetzt gerade September. Vielleicht schaut ihr das Video auch während des ersten Semesters von euch. Was soll man im ersten Semester beachten? Was für Tipps kannst du geben? Wie sollte ich vorgehen? Wie soll ich mir das vorstellen? Vielleicht also ein bisschen einfach auf das erste Semester eingehen. Okay, ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht. Das ist jetzt bestimmt auch schon wieder über zwei Jahre her, das Video, würde ich sagen. Nicht, dass sich meine Meinung großartig zu dem letzten Video geändert hat, aber vielleicht kann ich einfach nochmal einen neuen Input dazu geben. Das heißt, ich erzähle jetzt einfach nochmal ein bisschen, was ich so jetzt sagen würde, was ich erst Semestern für Tipps geben würde. Jetzt geht es primär natürlich um Informatikstudenten, weil ich habe Informatik studiert, deswegen kann ich jetzt, wenn jetzt einer Mathe studiert, kann man natürlich sagen, ja, das ist vielleicht ähnlich, aber da kann ich jetzt vielleicht nicht ganz so viele Tipps geben. Gut, fangen wir mal an. Also das Wichtigste ist ja, mich haben immer wieder Leute gefragt, wie man lernen sollte. Das Wichtigste, was ich sagen würde, ist, lernt das ganze Semester über. Schaut euch jede Woche an, was neu dazu kam an Themen und macht das irgendwie nicht, dass ihr denkt, in zwei Wochen vor der Klausur reicht das aus. Es kann sein, dass es Leute gibt, für die das reicht, indem die zwei Wochen lang das sich in den Kopf reinhauen. Nur die Sache ist, dann habt ihr es höchstwahrscheinlich nach der Klausur direkt wieder alles vergessen. Und jetzt kann man ja sagen, ja, ist doch egal, ich habe die Klausur ja bestanden. Die Sache ist jetzt, die ersten Semester, die ersten zwei, drei Semester sind ja die Grundlagensemester. Und alle Fächer, die danach kommen, die bauen ja zumindest thematisch oder darauf auf, dass ihr verstanden habt oder das Wissen erlangt habt in den ersten zwei, drei Semestern. Nicht, dass ihr dann automatisch auf einmal alles nicht mehr bestehen würdet, aber es wird halt viel vorausgesetzt, dass man das verstanden hat aus den Semestern davor. Und wenn man dann dieses Bulimie-Lernen macht, wo man einfach sich alles in zwei Wochen reinkloppt und vorher nichts gemacht hat, vergisst man halt es viel schneller, als würde man das ganze Semester über immer mal wieder lernen. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr jeden Tag dann fünf Stunden lernt, sondern es wird auch reichen, wenn ihr jeden Tag eine Stunde was macht. Das wäre viel besser als die zwei Wochen am Ende. Das heißt, mein Tipp ist es, immer über das Semester verteilt zu lernen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe immer die Vorlesung zusammengefasst, auf das, was ich als wichtig empfunden habe, sage ich mal. Dann die Übungen habe ich nochmal sauber aufgeschrieben und die Aufgabenblätter solltet ihr machen. Auch wenn man manchmal vielleicht ein Motivationsloch hat, diese Aufgabenblätter helfen euch enorm weiter, um euch auf die Klausur vorzubereiten. Denn der Dozent stellt ja diese Aufgabenblätter nicht einfach random, sondern, ich sage mal so, nicht, dass jetzt exakt die gleichen Aufgaben in der Klausur drankommen, aber man kann sich schon sehr nach den Aufgabenblättern oder den Übungen richten, um ein Gefühl zu bekommen, wie die Klausur aussehen wird. Und wenn man das immer wieder über das Semester verteilt gemacht hat, dann funktioniert das mit Sicherheit deutlich besser, als wenn man das jetzt die zwei Wochen davor sich reinkloppen will. Das wäre mein allererster Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ihr Erstsemester seid, guckt nicht darauf, was danach kommt, was im zweiten Semester ist. Haut nicht irgendwie so Sprüche raus mit ein, sechs Semestern bin ich schon fertig. Fokussiert euch erstmal nur auf das erste Semester und nur auf die Fächer, die ihr machen müsst. Weil im ersten Semester habt ihr schon genug Stress mit den Fächern, die ihr machen müsst. Also, wie viel sind das? 4, 5 Fächer oder so, würde ich schätzen. 30 CP ist ja ein Semester. Und fokussiert euch einfach auf dieses eine Semester, auf die Fächer, die ihr gerade habt. Und danach, wenn ihr die Klausur bestanden habt, plant ihr erstmal das nächste Semester. Generell in den ersten beiden Semestern könnt ihr ja in der Regel nicht so viel selber wählen, sondern habt ihr ja mehr oder weniger alles vorgegeben. Dann ab dem dritten Semester kann man sich einen umfassenderen Plan machen, würde ich schon sagen. Aber wenn man jetzt in den ersten beiden Semestern eh seine Pflichtfächer machen muss, einfach keep it simple, konzentriert euch auf die Fächer, die jetzt vor euch liegen und nicht irgendwie, ah, ich habe echt Leute gehört, die saßen in der ersten Semesterübung bei Mathe, die haben erzählt, ja, in sechs Semester habe ich meinen Bachelor, dann mache ich ein Startup auf. Ja, also Kumpel, chill mal ein bisschen. Du hast noch nicht eine Klausur bestanden oder geschrieben und sagst schon, du bist in sechs Semestern fertig. Also jetzt nicht so übereifrig sein und sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren. Das wäre mein zweiter Tipp. Dann der dritte Tipp, jetzt kommt das vielleicht ein bisschen zu spät, aber mich haben Leute gefragt, ob man sich jetzt großartig vorbereiten muss. Jetzt sind es ja noch, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen, bis das Semester anfängt. Und naja, also ich sage mal so, es gewinnt keiner einen Preis dafür, der sich am besten in der Zeit davor vorbereitet hat. Das Wichtigste ist, dass ihr während des Semesters euch anstrengt und dass ihr während des Semesters das lernt, was ihr lernen sollt. Es geht jetzt nicht so viel darum, dass jetzt einer in den zwei, drei Monaten nach dem Abi vor dem Studium irgendwie sich super schon informiert hat oder so. Klar, das bringt ihnen einen Vorteil in den ersten Wochen. Nur die Klausuren bestehen tut er deswegen nicht. Und nur weil einer schon mal programmiert hat, heißt das auch nicht, dass er in der Programmierklausur direkt besteht. Also es ist natürlich wahrscheinlicher, aber es ist nicht garantiert. Das war mein dritter Tipp. Oder was ist das dritte Tipp? Das wäre der dritte Punkt eher. Klar, vorbereiten ist immer gut. Nur macht euch jetzt vielleicht nicht so einen Riesenkopf, wenn ihr nicht so viel gemacht habt. Ich hatte auch nicht viel gemacht. Ich war eine Woche lang in den Vorkursen und das war es. Ich sage mal so, für jeden ist das erste Semester trotzdem hammerhart und dann muss man direkt am Ball bleiben, auch wenn man sich vorher vorbereitet hat. Ist es für den vielleicht ein bisschen einfacher, aber jetzt nicht geschenkt. Das heißt, jetzt habt ihr noch zwei, drei Wochen Zeit. Es wäre natürlich ganz praktisch, sich schon mal vorzubereiten. Nur, ich sage mal so, jetzt in den zwei, drei Wochen, da gewinnt man keinen Blumentopf für. Wenn ihr während des Semesters immer dranbleibt, ist das viel, viel wichtiger. Und ja, mein vierter und letzter Tipp wäre, der mir jetzt so spontan einfällt, nur, das habe ich gerade schon gesagt, nur weil ihr schon mal programmiert habt. Heißt es noch lange nicht, dass alle Fächer geschenkt sind. Das heißt, nehmt auch die Programmierfächer vielleicht nicht so auf die leichte Schulter, weil manche Dozenten sind ein bisschen unfair bei der Aufgabenstellung, sage ich mal, oder bei der Bewertung. Da wäre mein Tipp auch, ihr habt ja mit Sicherheit eine Fachschaft. Informiert euch in der Fachschaft. Erstmal informiert euch darüber, ob es Allklausuren gibt. Informiert euch darüber, möglicherweise wie die Klausuren gestellt sind. Also informiert euch einfach darüber, wie man sich das mit der Klausur bei dem Dozenten vorstellen kann. Manche Dozenten machen ja viel Multiple Choice, manche halt gar nicht. Oder was für ein Aufgabentypus kommt dran. Also informiert euch darüber, ob Allklausuren vorliegen in der Fachschaft. Besorgt euch die und geht die am Ende des Tages dann auch durch. Wobei das dann eher so ein Schritt ist, wenn man sich wirklich am Ende vor der Klausur vorbereitet. Während des Semesters, finde ich, reicht es, wenn man die Aufgabenblätter und die Übungen nochmal durchgeht, vielleicht die Vorlesung ein bisschen zusammenfasst. Also ich habe immer so gelernt, ich habe immer alles Wichtige in einer Art Formelsammlung, die so 5, 6, 7 Seiten war, zusammengefasst. Also ein größerer Spickzettel, sage ich mal. Und habe dann da wirklich das Wissen komprimiert abgespeichert und dann die Übungen und Aufgabenblätter nochmal gerechnet oder programmiert, wie auch immer. Kommt drauf an, was für Fächer ihr habt. Ja, das waren jetzt erstmal so meine Worte. Wenn ihr noch Fragen habt, ich habe ja diese kleine Videoreihe, wo ich Fragen zum Studium generell beantworte. Dann kann ich nochmal, wenn ihr hier Fragen stellt, auch darauf eingehen. Ansonsten, wenn ihr wisst, dass ihr in den ersten Semestern zum Beispiel C oder C++ programmieren könnt, kann ich euch meine Udemy-Kurse dazu empfehlen. Links sind in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr mich gerne durch eine Spende unterstützen. Alles Nähere findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Haut da rein. Ciao. Und erst wünsche euch das heute als fliegns Inspir 유�ders Spiel. Ich wünsche euch only. Wenn ihr euch zur Stelle. Ich wünsche euch noch handschuhe.